Postkarte 16. Juni 1911, Berlin Hochverehrter Herr Direktore, Ich bin wieder in Berlin, wo es mir schlecht gefällt, Kein Wunder, kein Rauschen, Nirgends eine Quelle, Meer, ausgeschlossen. VIV München Ich schreibe in diesen Tagen in deutlicher Schrift Ihnen einen Brief. In Worten kann ich schwer, da ich nur frage, quäle, O Sir Radcliffe. Ich möchte gern Ihr Gymnasium besuchen. Werden Schüler noch in Unterprima aufgenommen? Unter dir der Brief, vermutlich zwischen September 1911 und Februar 1912. Berlin, Katharinenstraße 5, Garten Hochpartner. Sir, mein Kamerade aus der Bibel, Abschalom, Nora van Leeuwen, die Enkelin des frühen Maharaja von Indien, wird in diesen Tagen zu Ihnen kommen. Sie wohnt in Leiden. Bitte, Sir, schreiben Sie ihr noch mal sofort, ja? Fräulein Nora van Leeuwen, bei Frau Kaiser, Leiden, Wasstraat 36. Wir beide waren Tag und Nacht zusammen im Zelt, fochten zusammen, köpften zusammen, zwei Häuptlinge, alle Bürger der Spießer in München. Mein wundervoller Abschalom, der weiße, schöne Panther von Indien, ist ein hervorragender Mensch. Ebenso wild wie ich und eine Dichterin, eine Schwärmerin, ein guter Mensch, nehmen Sie ihn auf mit allen Ehren, er bringt Grüße von mir, Verzeihung, Blei und Papier, Yusuf der Ägypter, Else Laskar-Schüler. Laskar-Schüler.